Worte und großen Dank von uns beiden, dass wir hier sein dürfen. Die Einleitung hat es natürlich schon gesagt. Wir kommen vom Projekt zum Regensburger Reichstag von 1576. Ich springe daher gleich. Einmal noch. Ja, so, jetzt habe ich es drauf. Ich springe damit gleich hierher. Wir sind Teil der Deutschen Reichstagsakte, die von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben werden. Mittlerweile in vier verschiedenen Reihen, wobei wir der vierten und jüngsten Reihe für die Reichsversammlungen ab 1556 zuzuordnen sind. Ich möchte nur ein paar Worte zu Reichstagen generell sagen, die uns dann für den weiteren Verlauf der Präsentation helfen sollen. Die Reichstage des 16. Jahrhunderts, mit denen wir uns beschäftigen, sind sogenannte periodische Reichstage, die im Abstand von ungefähr einem oder mehreren Jahren an jeweils wechselnden Orten stattfanden, bei denen der jeweilige Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation die Reichsstände zu sich erforderte, sprich Kurfürsten, Fürsten, nichtfürstlicher Hochadel und Reichsstädte. Aber es kamen zu diesen Reichstagen auch Gesandtschaften aus, also von anderen europäischen Mächten, was diese Reichstage zu Knotenpunkten sowohl reichsinterner als auch europäischer politischer Kommunikation machte. Seit den 1990ern hat sich das Forschungsinteresse etwas verlagert. Es richtet sich jetzt nicht mehr nur und nur bitte unter Anführungszeichen zu verstehen auf die Beratungsinhalte und Entscheidungen, also die Funktion von Reichstagen, sondern auch auf Interaktion, Kommunikation und Verfahren auf diesen Reichstagen. Was auch hilft, um diese Reichstage mit den zahlreichen anderen europäischen Ständeversammlungen, die auf ähnliche Weise berieten, zu vergleichen. Wie sah diese Beratungspraxis im Gröbsten aus? Zuerst wurde nach Rang getrennt und auch räumlich getrennt beraten, nämlich vom Kurfürstenrat, vom Fürstenrat und vom Städterat, ehe sich diese Gremien untereinander verglichen und dann über die sogenannten Verhandlungsakten mit dem Kaiser austauschten, kürzer oder länger, solange bis eine Einigung erzielt wurde und das Ganze als Reichsgesetz, im sogenannten Reichsabschied, verabschiedet werden konnte. In unserem Projekt, das auch den Untertitel Pilotprojekt zum digitalen Edieren frühneuzeitlicher Quellen trägt, wollten wir nun dem Wandel an Forschungsinteressen und in der digitalen Geschichtswissenschaft rechnungtragend Möglichkeiten des Digitalen erproben, die dann im besten Fall von künftigen Editionen verwendet, weiterverwendet, umgesetzt werden können und möchten hier an dieser Stelle auch ein paar wenige Beispiele, so viel eben möglich ist in unserer kurzen Zeit, die auch von anderen Editionen übernommen werden könnten, vorstellen. Das tun wir im Namen und mit Dank an das übrige Projektteam und an dieser Stelle darf ich dir, Roman, das Wort übergeben. Also Georg Vogeler hat in den letzten Jahren zwei Editionstypen benannt. Auf der einen Seite die Assertive Edition in einem Aufsatz von 2019 und jüngst 2022 die Proto-Edition. Beide Editionstypen sind zu einem gewissen Grad in unserer Edition vertreten. Vogeler schlägt vor, den Begriff Assertive Edition als Bezeichnung für die primär von Historikerinnen schon für gedruckte Editionen entwickelte Art des Edierens historischer Quellen zu verwenden. Diese Edition sind an den Inhalten interessiert, die sich als strukturierte Daten darstellen lassen. Je nach Forschungsinteresse können darunter unterschiedliche Typen von Daten verstanden werden. Häufig jedoch Personen, Orte und Datumsangaben. Laut Vogeler eignen sich besonders Web-of-Data-Technologien für die Realisierung solcher Editionen. Zu den Aspekten der Assertive Edition in den Reichstagseditionen haben wir an anderer Stelle ausführlich präpariert. Und daher halte ich mich etwas kurz hier. Wir erfassen grundsätzlich Personen, Orte, Sachbegriffe, Datumsangaben, strukturierte Daten. Und zusätzlich versuchen wir beispielhaft unsere Editionsdaten an ein Kommunikations- und Interaktionsmodell zu knüpfen. Nämlich unsere Ontologie of Premodern Parliamentary Communication oder PAPAC. Die Proto-Edition ist in dem Zwischen, dem Polen zwischen Archiv-Reproduktion, Archivalien-Reproduktion in einem digitalen Archiv und der digitalen Edition sich erstreckenden Kontinuum von Schritten, also Reproduktion, Transkription, Erschließung, Kommentar angesiedelt und macht Edieren damit skalierbar. Grundsätzlich verbindet die Proto-Edition Bilder mit einer von den Forschungsfragen geleitenden Erschließung der entsprechenden Inhalte in einer Datenbank, die jederzeit zu vollen edierten Texten und Kommentaren erweitert werden können. Anders als in den gedruckten Editionen, welche der Reichstage, welche die eingesehenen Archive nur auf Bestandsebene im Quellenverzeichnis auflisten, dokumentiert unsere Archivdokumentation die Archivrecherche umfassend. Es wurden während der Projektlaufzeit Einschlägebestände in 34 Archiven und Bibliotheken eingesehen und Daten von knapp über 10.000 archivalischen Einheiten erfasst. Im Bild sehen wir hier die Startseite unserer Archivdokumentation mit den 34 Archiven. Trotz der Menge an erfassten Archivdaten ist zu bedenken, dass wir nur Überlieferungen der Hälfte der auf dem Reichstag vertretenen Herrschaften haben. Von einigen Archiven und Bibliotheken haben wir auch die Genehmigung bekommen, Bilder von Archivalien zu reproduzieren. Die Kombination aus Basiserschließung in unserer Archivdokumentation, links hier auf der Folie, und Reproduktion der Archivalien als elektronische Bilder verstehen wir als Protoeditionsteil unserer Gesamtedition. Grundsätzlich ermöglicht dieser Protoeditionsansatz zusätzlich zu den Transkriptionen noch mehr Daten und Bildmaterial zum Reichstag für die Forschung zugänglich zu machen. Außerdem werden durch die Übersicht der tatsächlichen Überlieferungssituation in der Archivdokumentation editorische Selektionen transparenter gemacht. Da ein grundlegendes Verständnis der Datenstruktur der Archivdokumentation für die späteren Beispiele sehr sinnvoll ist, kurz ein Überblick. Wir haben die Daten in unserer Archivdokumentation in TI-XML erfasst, wobei wir bei der Struktur uns an den Standard der Encodile Archival Description angelehnt haben. Wir verwenden eine TI-Diff-Struktur für übergeordnete Strukturen, zum Beispiel Bestände, und TI-MS-Desk für die Detailerfassung auf Stückebene. Den Link zum ERD-Datenmodell stellen wir über das Attribut Anna her. Kategorien, die wir erfasst haben, variieren je nach Textsorte. Grundsätzlich erfassen wir Kategorien wie Folioangabe, Titel, Ausstellungsdatum, Ausstellungsort, Beilagen, diplomatische Form, Sprache, Textsorte, Signatur, Inhalts- und Bearbeitungsvermerke. Im Protokollen auch protokollierte Tage, das entsprechende Gremium, dessen Sitzungen protokolliert wurden, Protokollform etc. Die nächste Folie hier zeigt einen Beispieleintrag in der Archivdokumentation, und zwar ein Stück aus dem österreichischen Staatsarchiv. Wir sehen hier die erfassten Daten, die Folioangabe, Titel etc. Zusätzlich noch ein Link zur Edition, da es sich hier um ein editiertes Stück handelt, und darunter eine Auflistung der Parallelüberlieferungen des Stücks in anderen Beständen und Archiven. Kollationierungsexemplare sind ebenfalls hervorgehoben. Als nächstes ein Eintrag wieder aus dem österreichischen Staatsarchiv. In diesem Beispiel handelt es sich um ein Protokoll, nämlich ein editiertes Kurfürstenratsprotokoll. Und es wurde hier zusätzlich Daten, wie etwa das dokumentierte Gremium, in diesem Fall eben der Kurfürstenrat, Protokollform etc. erfasst. Wir bieten hier auch wieder einen Link zur Edition und eine visuelle Repräsentation der erfassten Verhandlungstage in diesem Protokoll. In einem Experiment haben wir versucht, die Protokolldaten und die Daten der Parallelüberlieferungen aus der Archivdokumentation über die gesamte Edition hinweg zu analysieren. Und dabei sind zwei Visualisierungen entstanden. Und mein Kollege Florian Zeilinger wird das jetzt kurz beschreiben, was wir da gemacht haben. Danke dir. Die beiden Beispiele behandeln diese beiden Datensätze, Datenkategorien, die Sie jetzt schon als Beispiele gesehen haben. Es geht einerseits um tagesgenau verzeichnete Protokolle und andererseits um die recherchierbar gemachten Parallelüberlieferungen von zentralen Stücken über die verschiedenen Archive hinweg. In beiden Fällen, das sage ich jetzt noch einmal vorweg, können wir dadurch unsere edierten, das heißt transkribierten, kollationierten, kommentierten Texte, die nur eine Auswahl, einen kleinen Teil der gesamten Stücke in der Archivdokumentation darstellen, auf diese Weise etwas kontextualisieren mit mehr Daten von einer größeren Masse an Quellen. Ich beginne mit der Tagesverzeichnung der Protokolle. Unsere ursprüngliche Überlegung war, dass diese Protokolle, die von verschiedenen Reichsständen für den Reichstag angefertigt wurden, nicht nur in der Lage sind, Beratungsmodalitäten in den verschiedenen Gremien zu zeigen, zu dokumentieren, sondern auch, dass die Häufigkeit, mit der ein und derselbe Tag in verschiedenen Protokollen dokumentiert wurde, Rückschlüsse über die Bedeutung, welche die Zeitgenossen den Beratungen an diesem Tag zugeschrieben haben, ermöglicht. Wir haben begonnen, ein Balkendiagramm anzufertigen, das schon gewisse zyklisch wiederkehrende Spitzen gezeigt hat, haben dann überlegt, könnte das mit dem Wochenrhythmus zusammenhängen oder auch weiter mit Gremien, Versammlungsarenen und Co. und haben dann als zweites eine Heatmap dieser gesamten Tagesverzeichnetenprotokolle angefertigt und in Form von einem Wochenkalender gebracht. Sie sehen hier links die Darstellung von allen verzeichneten Tagen in allen Protokollen für alle Gremien und Sie sehen links die Darstellung, wo man benutzerdefiniert filtern kann. Hier eingestellt zum Beispiel alle Tage der den Fürstenrat dokumentierenden Protokolle. Das ist nur ein Beispiel. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die Fürstenratsprotokolle in der Archivdokumentation weit überwiegen, also mit 66%. Umso dunkler das Blau, klar, umso öfter wurde ein Tag protokolliert. Es ist nicht verwunderlich, dass die intensivere Protokollierung etwa mit dem Eintreffen des Kaisers am Reichstag und dem offiziellen Reichstagsbeginn mit der Reichstagsproposition um den 20. Juni einsetzt. Verwunderlicher für uns war, dass zum Beispiel fast durchgängig Donnerstage sehr selten protokolliert wurden, im Gegensatz etwa zu Sonntagen, die im Vergleich mit anderen Wochen und Werktagen überhaupt nicht auffallen. Um das kurz noch einmal zu sagen, diese Visualisierungen können also unsere edierten Protokolle kontextualisieren, denn in den wenigen edierten Protokollen würden diese Trends nicht so auffallen. Sie können zu neuen Protokollen, in dem Fall kleineren Forschungsfragen führen. Man kann sich die verschiedenen Gremien ansehen. Bei den Fürstenratsprotokollen, den überwiegenden, zeichnet sich der Trend auch ab. Aber unerlässlich ist hier auch die Datenkritik. Um das zuzugeben, dieses Beispiel bezieht sich auf eine Datenkategorie, die wir weitgehend, aber eben nicht systematisch erfasst haben, da die Tagesverzeichnung zuerst nicht im Zentrum unserer Bemühungen stand. Wir haben 93% aller vorhandenen Protokolle auch tagesverzeichnet, also viele, aber nicht alle. Datenkritik ist notwendig, dennoch gewisse Trends zeichnen sich ab. Ebenso beim zweiten Beispiel, bei den Parallelüberlieferungen. Auch hier war unsere Ausgangshypothese, wenn Stücke öfter überliefert wurden, dann könnte das daran liegen, dass die Zeitgenossen ihnen besondere Bedeutung zugeschrieben haben, ob das nun mit ihren Inhalten oder mit ihren Akteuren, die sie einspeisten, etc. zusammenhing. Auch hier ist Datenkritik notwendig. Wie du, Roman, gesagt hast, wir haben nicht alle möglichen Archive und Bibliotheken eingesehen, aber dennoch eine repräsentative Anzahl, politisch, ständisch, geografisch und konfessionell repräsentative Gruppe von Archiven. Die Überlieferungssituation kann freilich unterschiedlich sein und wir haben in diesem Fall allerdings systematisch bestimmte, wie gesagt, zentrale Stücke erfasst und auf diese Weise recherchierbar gemacht. Hier sehen Sie die Darstellung für die Top Ten am häufigsten überlieferten Stücke und zwar diese bunten Flicken für alle Provenienzen. Auch hier kann man dann benutzerdefiniert filtern. Auch hier etwas weniger erstaunlich, Reichstagsproposition und Reichsabschied als Anfangs- und Schlussdokument sind am häufigsten überliefert. Erstaunlicher für uns war, wie man durch diese Visualisierung, durch die Top Ten und auch die hier nicht dargestellt folgenden Stücke sieht, der weiter hinten gereihte Propositionspunkt zur Frage, wie mit Liefland umzugehen ist und dem angrenzenden Moskowiterreich, auch verbunden mit der am Reichstag anwesenden moskowitischen Gesandtschaft. Diese Stücke erregten große Aufmerksamkeit, wurden besonders häufig überliefert. Man könnte es mit Arnold Esch so formulieren, dass eben das Ungewöhnliche die Überlieferung begünstigte. Nach ständischen Provenienzen gefiltert zeigt sich unter anderem auch, dass die weltlichen Fürsten sogar häufiger überlieferten als die geistlichen. Das nur als kurze wenige Beispiele. Ich darf zum Fazit überleiten. Nach der traditionellen Praxis der Reichstagseditionen wird nur eine Auswahl der überlieferten Dokumente veröffentlicht. Mit unserer Archivdokumentation bzw. diesem Protoeditionsansatz versuchen wir einen besseren Überblick über den Überlieferungskontext zu bieten und auch mehr Archivdaten für Auswertungen zugänglich zu machen. Womöglich bieten wir zusätzlich zu den Archivdaten auch Bilder an. An zwei Beispielen haben wir in unserer Präsentation jetzt gezeigt oder versucht zu zeigen, den Mehrwert der Auswertung der Archivdaten zu demonstrieren. Und das Ergebnis war, die zwei Visualisierungen haben die umfachreichen Editionsdaten besser zugänglich gemacht. Es konnten gewisse Muster erkannt werden. Und daraus haben sich neue Fragen abgeleitet oder neue Fragen wurden aufgeworfen. Unser Versuch hat aber auch gezeigt, dass ein kritischer Blick auf die Editionsdaten und auf die Resolvierenden Visualisierungen ganz wichtig ist. Noch ein kurzer Ausblick. Das DFG-Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir haben noch bis Ende des Jahres und wir versuchen weiter, die Edition anzureichern, mehr Editionsdaten zu generieren und auch Zugänge eben wie diese Visualisierungen, die wir heute gezeigt haben, zu den Daten anzubieten und selbst auch die Daten eben für unsere eigenen Forschungszwecke auszuwerben. So, damit mit diesem Ausblick möchte ich abschließen und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.